Musik Bei der Kundin haben wir festgestellt, dass die eine Seite etwas höher ist, die andere Seite etwas stiefer ist und das haben wir angeglichen. Wir haben die Oberlippe etwas vergrößert, die Unterlippe haben wir angepasst. Im Moment ist der Trend, die Lippen sollen kaum auffallen, also man soll es am liebsten gar nicht sehen. Man soll denken, dass die Lippen schön durchblutet sind, dass die Lippen etwas voller sind. Wir haben die Lippen mit einer Salbe betäubt und wenn man möchte, kann man auch nochmal eine andere Betäubung benutzen zusätzlich. Insgesamt finde ich das sehr schön.